Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Huawei hat heute in München sein neues Flaggschiff, das Mate 10 Pro, offiziell vorgestellt. Ich hatte vorab schon die Möglichkeit etwas mit dem Smartphone rumzuspielen und mir die wichtigsten Neuerungen anzuschauen. Was das Mate 10 Pro alles kann, wie es ausgestattet ist und wie so meine ersten Eindrücke von Huaweis neuem Spitzensmartphone sind, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Vielleicht eine wichtige Sache vorweg. Ich habe mich nicht im Titel vertippt und ihr habt euch eben auch nicht verhört. Huaweis neues Flaggschiff für Deutschland heißt tatsächlich Mate 10 Pro und nicht nur einfach Mate 10. Es gab ja auch letztes Jahr schon einen Mate 9 und etwas später kam dann das Mate 9 Pro. Das hat aber irgendwie nie so wirklich seinen Weg nach Deutschland gefunden. Dieses Jahr macht Huawei aber alles anders. Es gibt auch ein normales Mate 10, das wird aber Stand heute nicht in Deutschland verkauft werden. Man konzentriert sich hier also voll auf das Mate 10 Pro und das ist meiner Meinung nach auch genau die richtige Entscheidung, weil es einfach das deutlich interessantere Smartphone ist. Und wieso das so ist, das werde ich euch jetzt erzählen. Fangen wir vielleicht mit dem offensichtlichsten an, also dem Design. Egal ob das Huawei Ascend Mate 7, das Mate 8 oder auch das Mate 9, die hatten designtechnisch alle eins gemeinsam. Das Gehäuse bestand nämlich überwiegend aus Aluminium. In den letzten Jahren hat man das Ganze ja dann als Aluminium-Unibody-Gehäuse vermarktet. Das ändert sich jetzt aber mit dem Mate 10 Pro. Der Rahmen besteht zwar nach wie vor aus Aluminium, die Rückseite ist nun aber aus Glas. Vor ein paar Tagen sind ja schon erste Bilder vom Design der Rückseite geleakt. Ich kann euch aber sagen, dass die Geräte in echt deutlich besser aussehen. Am auffälligsten ist sicherlich dieser neue Signature-Bike rund um den Kamerabereich. Damit will Huawei die Kameras einfach in den Vordergrund stellen. Ich persönlich finde, dass das Ganze extrem geil aussieht, weil es das Huawei Mate 10 Pro einfach optisch etwas von dem ganzen Smartphone-Einheitsbrei abhebt. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich weiß jetzt schon, dass dieser Signature-Bike wahrscheinlich etwas kontrovers diskutiert werden wird. Das Mate 10 Pro wird in Deutschland in den Farben Titanium Grey, Blau und Mokka-Braun erhältlich sein. Wobei Mokka-Braun wohl exklusiv bei Vodafone erhältlich sein wird. Das hat man zumindest uns gesagt. Die Farben sehen in meinen Augen alle extrem cool aus. Vor allem das blaue Gerät hat mir gefallen. Wie aber alle Smartphones mit Glasrückseite ist natürlich auch das Mate 10 Pro wieder extrem anfällig für Fingerabdrücke. Aber das sollte ja alles nichts Neues sein. Ansonsten kann ich euch nur sagen, dass sich das Gerät extrem hochwertig anfühlt und vor allem auch besser in der Hand liegt. Ich würde sogar sagen, deutlich besser in der Hand liegt als das Huawei Mate 9. Das hat mich am meisten überrascht. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Es ist nicht mehr ganz so breit wie das Mate 9. Das macht es einfach handlicher. Huawei setzt hier erstmals auf ein OLED-Display im 18 zu 9 Format. Die Displayränder sind auch nochmal merkbar dünner als beim Vorgänger. In meinen Augen nicht ganz auf Galaxy S8 Niveau, aber trotzdem sind die Displayränder wirklich angenehm dünn. Das Display, und das ist jetzt vielleicht ganz wichtig, wie gesagt OLED 6 Zoll und es löst mit 2160 x 1080, also Full HD Plus auf. Das betone ich jetzt, weil ich in den letzten Tagen in diversen Leaks oder Leak-Artikeln so oft gelesen habe, dass die Auflösung irgendwie höher wäre. Aber nein, es ist definitiv 2160 x 1080. Hat mich ehrlich gesagt nicht gewundert, weil die Mate 3 ja schon immer mit Full HD aufgelöst hat. Jetzt ist es eben Full HD Plus durch das 18 zu 9 Display-Format. Aber ja, so ist es eben. Ich persönlich hätte auch gerne eine etwas höhere Auflösung gesehen, ist aber leider nicht. Muss aber auch sagen, in Kombination mit dem 4000 mAh starken Akku dürfte das sicher für grandiose Akkulaufzeiten sorgen. Also ich glaube, die Vermutung, ja, die kann man hier definitiv aufstellen. Ansonsten hat das Display einen ziemlich guten Ersteindruck gemacht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, durch das neue Format und die zu beiden Seiten hin abgerundete Rückseite, liegt das Mate 10 Pro einfach deutlich besser in der Hand als der Vorgänger und lässt sich auch noch deutlich besser einhändig bedienen. Und man kann einfach kaum glauben, dass Huawei es wieder geschafft hat, in so einem kompakten Gehäuse so einen riesigen Akku zu verbauen. Also da kann sich die Konkurrenz wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Außerdem kommt das Mate 10 Pro auch mit 128 GB an internem Speicher. Das ist auch locker doppelt so viel wie bei einem Großteil der Konkurrenz. Jetzt kommen aber wirklich zwei Wermutstropfen. Nummer 1, das Huawei Mate 10 Pro hat leider keinen MicroSD-Support. Es ist Dual-SIM-fähig, beziehungsweise es wird eine Dual-SIM-Version geben, aber der Speicher kann leider nicht erweitert werden. Ich persönlich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht, wieso man diesen MicroSD-Support gestrichen hat. Klar, die meisten werden jetzt sagen, mit 128 GB internem Speicher komme ich doch locker aus. Aber wie gesagt, ich finde das etwas schade. Und leider gibt es auch keinen 3,5 mm Klinkenanschluss mehr. Also Kopfhörer müsst ihr entweder kabellos oder über USB-C oder über den mitgelieferten USB-C auf 3,5 mm Klinkenadapter anschließen. Aber der 3,5 mm Klinken-Port ist jetzt eben endgültig Geschichte. Ich glaube, davon müssen wir uns so nach und nach bei allen Smartphones verabschieden. Aber schade ist es natürlich trotzdem. Es hat aber natürlich USB-C 3.1 und wieder Stereo-Lautsprecher. Also einen auf der Unterseite und den anderen dann in die Hörmuschel integriert. Die Soundqualität konnte ich allerdings noch nicht richtig testen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Außerdem ist ein Infrarot-Port mit an Bord. Das dürfte sicherlich einige freuen. Und es ist IP67 zertifiziert. Also auch gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Endlich möchte man da ja fast bei Huawei sagen. Als Prozessor kommt natürlich der neue High Silicon Kirin 970, der ja auf der IFA vorgestellt wurde zum Einsatz. Also ein Octa-Core, wieder eine Eigenentwicklung von Huawei. Und ich muss sagen, so die Performance, was ich da testen konnte, war wirklich ziemlich gut. Wir haben auch 6 GB Arbeitsspeicher. Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Aber irgendwie legt Huawei beim Kirin 970 diesen Mal den Fokus gar nicht mal so sehr auf das Thema Performance, sondern eher auf AI, also künstliche Intelligenz. Das ist ja momentan ganz hip. Apple macht das Ganze, Google macht das Ganze und natürlich macht es auch Huawei. Uns hat man gesagt, dass der High Silicon Kirin bzw. das ganze AI-Thema beim Mate 10 Pro vor allem für eine bessere Performance sorgen soll. Für bessere Akkulaufzeit, für eine besser optimierte Software und natürlich auch für bessere Kameras bzw. eine bessere Kamera. Und das ist auch schon die perfekte Überleitung, denn natürlich legt Huawei beim Mate 10 Pro den Fokus auch wieder auf das Thema Kamera. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf und auf der Rückseite haben wir wieder die bekannte Leica Dual-Kamera, also ein 20 Megapixel Farb- und ein 12 Megapixel Monochrom-Sensor. Der RGB-Sensor hat ORS, also einen optischen Bildstabilisator und beide Kameras haben eine extrem lichtstarke Blende von f1.6. Huawei will beim Mate 10 Pro vor allem die Low-Light-Performance und den Automatikmodus verbessert haben. Die Kamera erkennt dann auch automatisch, was ihr eben gerade fotografiert, also beispielsweise Essen, ein Gesicht oder ganz einfach eine Pflanze und dementsprechend werden dann auch die Parameter eingestellt. Das hat auch im Hands-On schon ziemlich gut funktioniert, das will ich aber jetzt alles nicht überbewerten und zur Bildqualität will ich auch noch nicht zu viel verraten, einfach weil die Software überhaupt noch nicht final war. Huawei hatte einen Profifotografen da, der angeblich einige Bilder mit dem Mate 10 Pro gemacht hat, die hat er uns auch gezeigt. Die sahen grandios aus, aber wie gesagt, das will ich auf keinen Fall überbewerten, da würde ich auf jeden Fall einfach das Review abwarten. Alle wichtigen Modi, wie ein manueller Modus, die Leica-Modi, der sehr gute Portrait-Modus etc. sind natürlich wieder mit an Bord und Videos können auch wieder in 4K aufgenommen werden, allerdings nicht mit 60 Frames per Second, das ist vielleicht etwas schade. Als Software kommt natürlich Android 8.0 zum Einsatz und darüber legt Huawei wieder seine hauseigene EMUI, mittlerweile auch in Version 8.0. Dieser riesige Versionssprung lässt sich einfach dadurch erklären, dass Huawei die Android-Version und die Version der EMUI anpassen wollte, also Android 8.0 und jetzt eben auch EMUI 8.0. Hier halten sich die optischen Änderungen aber wirklich in Grenzen, da ist mir ehrlich gesagt nicht besonders viel Neues aufgefallen. Der Akku hat dann wie gesagt eine Kapazität von phänomenalen 4000 mAh und kann natürlich über das bekannte Supercharge-Feature auch wieder extrem schnell aufgeladen werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so glücklich ich über den riesigen Akku und Supercharge und so weiter bin, ich hätte doch ganz gern auch Wireless-Charging gesehen, vor allem weil wir ja jetzt eben eine Glasrückseite haben, für mich irgendwie unverständlich, wieso sich das Feature nicht auch noch mit eingebaut haben. Huawei sagt einfach, sie wollten das Mate 10 Pro nicht dicker machen, aber naja, ich finde das wie gesagt etwas schade. Aber ja, das ist das Huawei Mate 10 Pro. Es wird dann ab Mitte bis Ende November für eine UVP von 799 Euro in Deutschland erhältlich sein. Das ist auf den ersten Blick natürlich ein ziemlich hoher Preis, vor allem auch verglichen mit den Vorgängern. Aber wenn man sich dann mal die Preise vom LG V30, vom Samsung Galaxy Note 8, von dem Google Pixel 2 XL oder eben auch einem iPhone 10 anschaut, dann ist der Preis schon fast wieder eine Kampfansage, würde ich sagen. Denn hardware-technisch steht das Mate 10 Pro den genannten Geräten in nichts nach, beziehungsweise ist in manchen Punkten sogar besser ausgestattet. Und ich sage es euch ganz ehrlich, mein erster Eindruck, der war extrem gut. Das schicke Design, die schicken dünnen Displayränder, dazu die gute Performance oder auch der riesige Akku, das ist einfach ziemlich vielversprechend. Man muss jetzt natürlich erstmal die finalen Tests abwarten. Also wie wird sich die Kamera schlagen, wie schlägt sich dann der Akku im Alltag, wie ist die Alltagsperformance und so weiter und so fort. Aber auf dem Papier ist das Huawei Mate 10 Pro wirklich extrem interessant und ich glaube, es hat durchaus das Potenzial, ähnlich zu überzeugen wie die Vorgänger. Ich bin mir eigentlich ehrlich gesagt sogar sicher, aber wie gesagt, einfach mal den finalen Test abwarten. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr interessantes Smartphone. Aber ja, das soll es jetzt wirklich von diesem Video gewesen sein. Das ist das Huawei Mate 10 Pro. Lasst mich unbedingt wissen, was ihr von diesem Smartphone haltet. Ich bin schon extrem gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich bald eins testen kann. Dann folgt natürlich das volle Programm, also Unboxing, Review und so weiter und so fort. Aber bis dahin, lasst mich wissen, was ihr von Huawei's neuen Flaggschiff haltet. Ich hoffe, dieses Video hier hat euch gefallen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.